2009, da habe ich schon sechs Jahre EM gemacht, bin nicht, hatte mehrere Stammfische, Landwirte, habe auch schon ein bisschen EM verschickt, aber habe noch keinen Job gehabt, habe auch noch nicht hier gewohnt, habe in Werder, in Gelbe gewohnt bei Werder, Potsdam, und, nee, stimmt nicht, 2009 war ich schon, war ich schon auf Land, habe mich vom Studium in Werder verabschiedet und habe im Sommersdorf in einer Liedwohnung gewohnt, am Kummeroer See. So, aber habe schon beschlossen, dass ich irgendwie aufs Land muss, aber hatte noch kein Grundstück. So, ja, da war ich in Berlin und habe den Dr. Heike Pieplow in einem Vortrag gesehen, Dr. Heike Pieplow, Bundesumweltministerium, Beamter, der dann öfter mal strafversetzt wurde, weil er gerne Sachen machen wollte, die ihm Spaß machen, Thera Breta und so, und die Leute und seine Vorgesetzten immer genervt hat. Und der hatte diese Toilette hier, bei mich zu Hause, und hat erzählt, wie er da rauf geht und wie er da Kohle überschreut und daraus Thera Breta macht und dass er das mit EM macht. Und da waren natürlich meine Ohren A. Interessant. Thera Breta und Thera Breta heißt schwarze Erde, ist eigentlich vollständig Thera Breta do Indio oder Thera Breta de Indio, die Schwarzerde der Indianer in Brasilien und zwar spezifisch im Amazonasgebiet. Hier, die grüne Hölle. Kann man sehen, ein bisschen schlecht leuchtet, aber also das ist eine Überschwemmungsflusslandschaft von den Ausmaßen Europas. Und ja, die grüne Hölle, da sagt, da haben die Anthropologen immer gesagt, da kann es keine Zivilisation geben, weil die Böden sind da so schlecht. Kontraintuitiverweise. Normalerweise würde man denken, das muss ja alles ganz fruchtbar und gute Böden sein, aber der Punkt ist, dass da so eine Hitze, Wärme ist, so eine Wassermenge durchkommt, über Feuchtigkeit durch die Grundfließ, dass alle Nährstoffe, die irgendwie frei werden, sich sofort auswaschen. Und diese Böden unter einer dünnen Lebensschicht, also die ganzen Pflanzen da haben Krachwurzeln, die zig Meter in alle Richtungen gehen. Ich habe das mit so einem Baum, mit so roten Wurzeln gesehen, der stand da mitten drüben vom Marl, aber da hat man noch 30 Meter weiter auf dem kleinen Waldweg gesehen, dass da immer noch die roten Wurzeln von dem da wuchsen. Und sobald da irgendein Kothaufen, Blatt, irgendwas zum Boden fällt, nicht auflöst, nehmen die das sofort auf. Man kann im probischen Regenwald-Informationen oder so, kann man keinen Kompost auf der Erde machen. Wenn man einen Kompost auf der Erde macht, ist der nach wenigen Wochen komplett durchwurzelt. Und ja, ich habe das mal gesehen von einem Deutschen, der da Kompost machen wollte, der hat das dann hochgehoben von der Erde. Also der hat dann richtig 20 Zentimeter weg von der Erde, damit die Wurzeln da nicht rein wachsen. Und man bekommt ja nicht mehr durch da mit dem Spat und man kann das umsetzen oder auch was, das geht dann gar nicht. So, genau, es gibt eine ganz dünne Lebensschicht und da drunter der Boden ist typischerweise total verrostet, ein ganz ausgewaschener, saurer, saurer, saurer Tonboden. So genannter Ferrosol. Und wenn die Lebensschicht einmal abgeräumt ist, wenn man hier den Wein abholzt, ein paar Mal abrennt, was auch immer, dann ist es schwer, dass da wieder was wächst. Und wieder im Nachfolgen geweiht wird dann jedenfalls sehr, sehr schlecht im Wachstum. So, und deswegen kann man da eigentlich nicht dauerhaft Ackerbau oder sowas betreiben, das funktioniert ja nicht. Es sei denn, man hat so wie wir ganz viel Kunstdünger, die man da rausschmeißen kann, aber im Normalfall funktioniert das nicht. Und deswegen hat man gesagt, da kann es keine Zivilisation gegeben haben. Da gab es immer nur diesen Wanderfeldbau, also die sind immer so hin und her gezogen mit ihren, haben immer mal ein Stück Acker abgebrannt, haben ein bisschen angebaut, Maniok, Banat und sind dann wieder weitergezogen nach drei Jahren. So, das war der Wissensstand, aber in diesem Zusammenhang gab es da eben Böden, die tiefschwarz sind, die auch abgebaut wurden für Blumentöpfe und Parks und sowas. Ein Meter mächtig, basisch, also nicht versauert, sondern vorher mit basischen Mineralien, Calcium, Magnesium, Kalium, leicht auswaschbare Mineralien, wo man denkt, warum sind die da, die müssten doch leicht ausgewaschen sein, sind sie aber nicht. Und mit einem sehr hohen Humusanteil, über zehn Prozent. Und so sehen die beiden Böden im Vergleich aus, der Ferrazol, also der, das ist eine Aufnahme hier von Bruno Glaser, Bodenkundler-Professor, ich glaube er ist jetzt in Magdeburg oder so. Also er hat mal die Uni gewechselt, auf jeden Fall unser Wissenschaftler in Deutschland, der Terra Preta untersucht, also die Koryphäe seit 20 Jahren auf dem Gebiet. Und der geht mit seinen Studenten damals und heute gerne irgendwo hin, hebt Bodengruben aus und gerne eben eine Terra Preta-Bodengrube oder eben den Boden, den er untersuchen will. Und dann guckt er nebenan, ein normaler Boden, das ist also der normale Boden, 50 Meter weiter und das ist der Terra Preta-Boden. Und das gibt es normalerweise nicht. Und zwar nicht irgendwo da, wo es überstaut ist, da wo jetzt ständig Überschwemmung ist, da können Sie schon ein bisschen Schlangablagerung und Torf und sowas nicht an. Nee, das ist auf den sogenannten Terra Firmen, auf den Flächen, die nicht überschwemmt werden. Da wo auch die Dörfer sind und so, am Flussufer, aber nicht überschwemmt, da findet man diese Terra Preta-Böden, also im Grunde Böden, die viel Luftdauerstoff beeinflusst sind, wo das eigentlich sich organisch schnell abbauen sollte. Und wenn man hinweist, wie schnell sich organisch abbaut, da, dass ein Blatt vom Baum, was bei uns vom Baum fällt, braucht ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis sich das abgebaut hat, da ist das in zwei Wochen verschwunden. So schnell geht da der Abbau. Also ungefähr die zehnfache Geschwindigkeit an mikrobiologischem Abbau, an organischem Material. Und deswegen gibt es da auch kein Humus. Humus ist ein Phänomen der gemäßigten und der kalten Breiten, weil der mikrobiologische Abbau von Organik da so langsam ist, dass sich organisches Material im Boden akkumulieren kann. Und dann, desto wärmer das wird, desto feuchter das wird, desto weniger Humus haben wir. Außer bei diesen Terra Preta-Böden. Da, das dürfte hier eigentlich nicht sein, weil normalerweise müsste das weggefrühstückt werden, dann bekommen wir nichts. So. Also wir reden hier von Brasilien, diese Region, Armatonas, rundherum. Aber ich war zum Beispiel in Paraguay und da kommt diese Erde hierher. Ja, das war beim Andreas Pfeiffer auf seinem Baumpflanzungshof da. Und man findet in Vergesellschaftungen mit diesen Terra Preta-Böden auch nicht immer, aber oft Tonschermen. So eine Tonschermen hier. Können wir auch mal rumgehen lassen. Ja, der Boden sieht jetzt nicht nach viel aus. Der sieht halt ein bisschen dunkler aus. Ist jetzt auch schon zehn Jahre ausgebuddelt. Aber im Vergleich zum Danebenboden, der ist halt dann gelb und hell. Und der hat richtig Humus bekommen. Und der Andreas Pfeiffer hat den Boden auch benutzt, bevor er wusste, was das ist. Er hat da einfach seine, also er macht wieder auch Forschungsprogramme da. Also verkauft die Leuten da Grundstücke und forstet die Leben mit 1000 Bäumen auf dem Verratmeter auf. Mit komplexen, also Nuss- und Frucht- und Holzbäumen und einheimischen Bäumen und so. Und machte innerhalb von fünf Jahren also einen Wald. Schöne Sachen. Und bei den Jungplatzen zog er mit dieser Terra Preta hoch. Inzwischen macht er seinen eigenen Terra Preta. Er braucht jetzt nicht mehr die Terra Preta ausguteln. So, also das war im Paraguay vor ungefähr zehn Jahren. Und man findet jetzt immer auch, also oft Scherben damit, was schon andeutet, aha, der Mensch scheint was mit diesen Böden zu tun zu haben. Die Böden sind auch immer fleckenweiße. Nicht so, dass das wie in der Ukraine die halbe Ukraine voll mit Schwarzerde ist. So ist das nicht. Sondern man hat immer so hier mal zehn Hektar, da mal 20 Hektar, da mal ein Hektar, da. So hat man da immer so typischerweise, wenn man das genauer untersucht, um alte Siedlungsgebiete Dörfer. Ganz klassisch wäre so das Runddorf. Da gibt es einen Festplatz in der Mitte, ungefähr 1000 Einwohner in dem Dorf. Dann gibt es rund um den großen Festplatz Langhäuser, wo ich keine Ahnung, wo man 20 Leute wohnen kann. Da gibt es auch 30, 40, 50 Häuser. Und dahinter die Gärten. Und in der Mitte findet man keine Terra Preta. Und außen, nach den Gärten hin, da wo dann vielleicht auch die ganze Organik behandelt wurde und so weiter. Da findet man dann Terra Preta. Ganz klassische Ausgrabung von Michael Heckenberger in diesem Amazonas-Böden. Und ja, also die sind im Zusammenhang mit Zivilisation zu sehen, diese Terra Preta-Böden. Die sind 500 bis 7000 Jahre alt, aber man kann die wohl relativ gut datieren. Anhand der Holzkodestückchen, die in diesem Boden sind. Wenn man die reinigt, kann man die mit C14 datieren. Und weiß also, dass die 500 bis 7000 Jahre alt sind. Es sind ja 1 bis 10 Prozent, je nachdem, wie krass man die Terra Preta definiert. Ab wie viel Mächtigkeit und Humus gehalten, man sagt, das ist Terra Preta. Also die richtig tiefschwarze Terra Preta, ungefähr 1 Prozent der Fläche vom Amazonas-Gebiet. Aber wenn man so etwas Terra Mulata, die etwas braune Erde sagt, die ist auch noch, dann ist das bis zu 10 Prozent. Also das sind schon richtige Flächen, die da mitbehandelt sind. Und dann die Frage, wie viele Menschen hätten es gebraucht. Und man findet ja eben diese alten Siedlungen und so. Und auch noch Berichte von alten Eroberern, 1542, die da durchgereist sind, die gesagt haben, hunderte Kilometer lang, ein Dorf am anderen, überall Feuer. Also dass die ständig Feuer machen und kugeln. Und dass er schätzt, da leben 100 Millionen Menschen. Das war die Schätzung von Francisco de Orellana. Hat er vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber inzwischen nähern sich die Schätzungen der Anopologen. Da können sie durchaus 20 Millionen Menschen gelebt haben in dem Bereich. Und dauerhafte Landwirtschaft betrieben haben. Und zwar eine Permakultur, eine Baumlandwirtschaft, auch mit Terra Preta. Teilweise gibt es Terra Preta-Hügel, 20 Meter mächtige Hügel. Speziell in Überschwemmungsgebieten, wo sie dann alles ranholen mussten, damit das Dorf und vielleicht der Garten nicht ständig überschwemmt wird. Ein Klassiker ist da die Insel Marajo. Die Insel Marajo ist eine Flussinsel im Amazonas und die ist so groß wie die Schweiz. Und die ist top eben, reines Überschwemmungsland. Und da gibt es dann eben hin und wieder mal einen Hügel. Und wo seit tausenden Jahren ein Dorf draufsteht und alle möglichen Material akkomponiert hat. Und da sind dann auf dem Kilometer Erde 300 Kilogramm Keramikscherben. Also der ganze Hügel besteht auf Keramik und Terra Preta. So eine Sammlung gibt es da. Und da findet man in der Terra Preta Holzkohle, Algen, Asche, Knochen. Aber, also auch menschliche Knochen und auch bestimmte Substanzen, die darauf hinweisen, dass da auch menschliche Fäkalien drin sind. Und eben ganz oft Keramikscherben. Und zwar ganz oft Keramikscherben, die eben nicht so normalerweise archäologischer ausgraben. Dann hat man eine Schicht, die haben sie, keine Ahnung, in den Müll hingeworfen, einfach auf die Oberfläche. Dann findet man so eine Schichtkeramik. So ist es aber nicht. Die Keramik ist über den ganzen Bodenhorizonten, einen Meter oder so, verteilt. Wie geht das denn? Die haben sie eingegraben. Also haben sie teilweise so eine Gefäße eingebuddelt, so groß wie eine Regentonne. Wahrscheinlich direkt in der Erde gebrannt. Also machen sie ein Loch, ein kleines Leben mit Leben aus, machen sie ein Feuer. Und haben dann quasi Regenton ein großes Gefäß in der Erde gebrannt. Dann unsere Vermutung mit Organik gefüllt. Abfälle, Holzkohle, Asche. Teilweise als Gräber. Aber im Wesentlichen als Abfallbehandlung. Vielleicht auch Toilette einfach. Man hat auch das Toilettenhäuschen da drauf gemacht, so ungefähr. Und das dann abgedeckt, fermentiert. Und dann wahrscheinlich entweder bewusst zerschlagen oder einen Baum reingeschlagen, was dann gesprengt hat. Sodass sie diese Scherben über die ganze Bodenschicht hatten. Also das ist eine Vermutung, dass das so passiert ist. Also was ist das Wichtigste an Terra Preta? Was wir in diesem Bild finden und was wir auch machen, wenn wir es nachmachen, ist Holzkohle. Holzkohle, hier, gleich zu sehen, vielleicht gleich ein bisschen größer. Holzkohle hat Poren. Und zwar Poren, also 400 bis 800 Grad Celsius wird Holzkohle. Es entsteht Holzkohle aus Holz oder auch aus anderen organischen Materialien. Aber das Beste ist Holz. Und man könnte auch Stroh oder Blätter oder andere, sogar Knochen verkohlen. Aber bei 400 bis 800 Grad Celsius wird alles rausgetrieben, außer dem Kohlenstoff. Kohlenstoff hat ja diese vier Bindungen, deswegen kann er ja Diamant bilden und Fullerene und ja alle würdlichen exotischen Graphits und sonst was für seltsame Geschichten, weil er diese krasse Möglichkeit hat, mit vier Bindungen unterschiedlichster Varianten sich zu binden. Das macht er dann, ja, und in der Holzkohle. Und normalerweise ist Kohlenstoff gasförmig. Also das ist ja, wenn man das guckt, wie viel, welche Masse hat dieses Element, dann müsste dieses Element so wie Sauerstoff oder Stickstoff eigentlich sofort in die Luft gehen oder Wasserstoff, weil es so leicht ist, dass es eigentlich ganz klar gasförmig sein müsste. Ist es aber nicht, weil es durch diese vier Bindungen sich gegenseitig so festhält, dass es immer einen Klumpen bildet, der einfach nicht gasförmig wird. Und deswegen wird bei der Erhitzung von Holz alles rausgetrieben außer dem Kohlenstoff. Der Stickstoff geht raus, der Sauerstoff geht raus, der Wasserstoff geht raus. Alles, was übrig bleibt, ist der Kohlenstoff, der sich so festhält mit seinen vier Bindungen, dass er ein chaotisches Riesenmolekül bildet. Also es ist wie ein Diamant im Boden. Diamant ist ja ein Molekül, was mit den vier Bindungen perfekt tetraedisch sich sortiert und dadurch diese extreme Härte erreicht. Deswegen ist Kohlenstoff auch der härteste Stoff auf der Erde in Form von Diamant. In Form von Holzkohle oder Holzkohlenstückchen ist es ein chaotisches Riesenmolekül, auch noch mit Ringbindungen und dergleichen, wie heißen sie nochmal, mit Aromaten. Also es ist auch noch ganz exotische Bindungen. Und das Ding ist, normalerweise liegen die Bindungen für den Kohlenstoff. Dann können wir den veratmen. Nö, Tucker, gehen die ran und veratmen, dann freuen die sich. Oder irgendwas anderes, Kohlenstoff hat Energie, kann man veratmen, warum veratmen sie nicht die Holzkohle? Sie schaffen es, sie wollen es. Sie gehen ran, sie gehen mit dem Enzym ran, sie hacken zweimal den Kohlenstoff ab und dann kommt die nächste Aufspaltung, das Ringmolekül, dann hängen sie fest. Das Enzym kann nicht weiter, weil das plötzlich sich chaotisch aufspaltet und das Enzym wird sogar noch eingefangen und hängt sich an an die Holzkohle. Das Holzkohle-Stück wird quasi größer als Molekül und der Abbau ist gestoppt. Also eigentlich könnte Holzkohle abgebrochen werden. Man könnte es ja verbrennen, Grillkohle verbrennen, veratmen, wunderbar, hat Energie, aber die Mikronen schaffen es nicht, weil sie es mit ihren Enzymen zerkleinern müssten und die Enzyme brauchen eben immer das Gleiche wie Zucker. wie Zellenose, wie Lignie, irgendwas, wo sie zack, 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 das immer industriemäßig zerhacken können. Und das schaffen sie bei Holzkohle nicht, weil es total chaotisch wird. Das heißt, es bleibt ein Kohlenstoffgerüst übrig. Und das Kohlenstoffgerüst, interessanterweise, wenn man bis 800 Grad geht, bleiben die Zellen der Holzzellen noch erhalten. Und die Holzzellen, die sind ungefähr 10-20 Mikrometer groß. Und ein Mikroorganismus ist ungefähr 1 Mikrometer groß. Das heißt, in eine so eine Holzzelle passen bis zu 1.000 Mikronen. So ungefähr. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass das, da ist eine Wand, da kann also kein Fraß fallen so schnell rein, das trocknet nicht aus. Und hier nebenan ist noch eine andere Wohneinheit. Und hier und hier. Und hier hat man vielleicht mehr Wasser drin. Und hier hat man mehr Kondioxide. Und hier hat man vielleicht ein bisschen Methan oder Stickstoff. Jede dieser Poren kann ein etwas anderes oder ein komplett anderes Milieu haben. Mehr oder weniger Sauerstoff, mehr oder weniger Wasser, mehr oder weniger andere Nährstoffe. Die Fraßhäume, die kleinen Nematoden usw. kommen da nicht rein, um die Mikrobiologie abzugrasen. Sodass so ein Stück Holzkohle mit seinen vielen kleinen Poren wie ein Hochhaus für Mikroorganismen ist. Die können in jeder Wohnung, in jeder Pore, kann eine andere Familie, in einer anderen Zusammensetzung, in einer anderen Ökologie wohnen. Und ist da erstmal geschützt. Also das scheint einer der großen Effekte von der Holzkohle zu sein. Dass es so eine Arche Noah für Mikroorganismen ist. Und wenn die Mikroorganismen im Boden durch Pflanzenwurzeln die Zucker abgeben oder durch organisches Material, Erntereste oder einfach durch Feuchtigkeit und der gleichen Wärme gute Bedingungen finden, dann kommen sie raus, können sie aus der Holzkohle rauswandern, den Boden schnell besiedeln, sind sofort da, mikrobiologisch. Und wenn die Bedingungen schlecht sind, es wird kalt, es wird trocken, die Nahrung ist alle, dann sterben sie den Boden wieder ab. Aber in der Holzkohle sind sie gut geschützt und können bis zum nächsten Zyklus wieder da sein. So kriegen wir eine viel stabilere Mikrobiologie im Boden. Das ist auch das Gleiche, was wir versuchen mit dieser immergrünen Landwirtschaft. Dass wir immer Pflanzenwurzeln haben, die den Boden ernähren und das Bodenleben immer hochhalten, die Mikrobiologie immer durchfüttern und ernähren. Der Dietmar Nieder spricht ja von der grünen Brücke, dass wir die Mikrobiologie von einer Pflanzenkultur an die nächste übergeben. Das erreichen wir auch mit Holzkohle. Dass die Kohle im Boden die Mikroorganismen in ein Haus gibt, ein dauerhaftes, wo sie eben nicht so schnell kaputt geht und leichter in der nächsten Kultur wieder da sind und sich aufbauen. Das ist das eine. Ansonsten, also wie gesagt, Holzkohle ist im Boden Jahrtausende stabil. Wenn man irgendwelche archäologischen Ausgaben macht, findet man immer noch die Kohle. Also man macht einmal eine Aktion und hat die für Jahrtausende drin. Sie können sich in 10.000 Jahren noch wundern, warum in meinem Garten plötzlich die Hälfte Schwarzerde ist und so fruchtbar ist. Und der kann sich der Gärtner in 10.000 Jahren noch drüber freuen. Ohne dass er noch nicht weiß, warum das ist. So wie die Gärtner im Amazonasgebiet sich heute darüber freuen, dass sie da schwarze Therapieterflächen finden und da 20 Jahre lang ohne Düngung Papaya anbauen können. Und das Nächste ist, dass Holzkohle wie Humus wirkt. Hat ja auch die gleiche Zusammensetzung, kohlenstoffreich. Das heißt, es bindet Wasser, es bindet Nährstoffe, große Oberfläche, lockert den Boden auf und so weiter. Also es hat einen Humuseffekt, es hat diesen Mikroorganismen-Effekt. Achso, und der letzte Effekt, den ich schon angedeutet habe, es hat einen Humus-Bildungseffekt. Also die Holzkohle wirkt im Boden als Katalysator für Humusaufbau. Das heißt, alle organische Substanz, ich habe das bei den Enzymen gesagt, das Enzym von dem Mikroorganismus, von den Bakterien, geht ran an die Holzkohle, versucht da seine Arbeit zu tun, die zu zerhacken, das löslich zu machen, damit das Bakterien das aufnehmen kann und davon lösen. Den kann, schafft es aber nicht. Wird in dem chaotischen Ding plötzlich angehalten, kettet sich daran fest und ist Teil des Holzkohle-Bundeskludes geworden. Und alle organische Substanz, die mit der Holzkohle so in Kontakt kommt, wird sozusagen von der Holzkohle, so könnte man es nicht erklären, chaotisieren, also wird chaotisch umgebracht, in Unordnung gebracht, sodass sie langsamer abgebaut wird. Das ist eher zu, dass die Mikroorganismus das gleiche Problem haben. Aber wenn es schön alles Zucker ist und eine Kohlenhydrate oder eine Stärke oder ein Ignien- oder Zerminose-Molekül, dann können die das verarbeiten. Aber wenn das alles durcheinander ist und von der Holzkohle in Unordnung gebracht wurde, dann wird das viel langsamer abgebaut. Das sagt der Dr. Jürgen Lekin, Therapreterforscher im Kleingarten in Brandenburg. Holzkohle ist ein Katalysator für Humus, weil es alle organischen Materialien, speziell eben auch die Zuckerablagerungen, die Zuckerausscheidungen, die die Pflanzenwurzeln zum Beispiel machen, verstärkt und Dauerhumus umwandelt. Sodass wir länger was davon haben. Und dann kommt also der Effekt zustande, den wir bei Therapreter haben. Normalen Kompost, normalen Mist auf dem Acker, in den Garten gebracht. Wunderbar, das wächst ein, zwei Jahre und dann ist er weg. Dann hat man eigentlich wieder den gleichen Sandboden wie vorher und kann von vorne anfangen. Wie süße Fuß schiebt man den Stein den Berg hoch. Und öfter, alle zwei Jahre, kann man von vorne anfangen und wieder von unten hoch schieben. Und mit Therapreter sind wir plötzlich über den Berg rüber. Der Stein rollt von alleine runter. Wenn wir einmal Holzkohle im Boden haben, wird das System von alleine über die Jahre fruchtbarer. Der Boden wird von alleine schwärzer, humusreicher. Einfach dadurch, dass da eine Wiese drauf wächst. Normal Erntereste da sind, normal ein bisschen Pflanzenreste da. Holzkohleherstellung werden wir nachher machen. Ganz am Ende des Tages mit einem kleinen Feuer. Großtechnisch läuft das, ja da gibt es so eine Anlage in der Nähe von Augsburg. Holzschnitzel rein, also jeder Container hier ist extra, Holzschnitzel oben rein. Hier ist ein Glutbett mit einer dosierten Dauerstoffzugabe, 600 bis 800 Grad Celsius. Unten kommt glühende Kohle raus, wird mit Wassernibel abgelöscht. Fertig, so kann man aus Holzschnitzel Kohle herstellen. Die Pyrolyse Pyrex macht das ähnlich, nur dass die das in einem Querkontainer haben. Die haben so eine Wende, wo die Holzschnitzel oder das Material, Laub oder alles mögliche, was die gemacht können, transportiert wird. Und von außen geheizt wird. Und das ist ja immer der Punkt, wenn dieses Holz erhitzt wird, entsteht Holzgas. Das ist das, was die Flamme ist im Feuer. Und wenn das nur Grillkohle wäre, hat man kaum eine Flamme, da ist nichts mehr, was ausgastet. Aber beim Holz haben wir das Holzgas. Und das Holzgas wird dann abgeleitet und zum eigenen Heizen verwendet. Irgendwo hier drin in der Wendel. Und da gibt es dann noch Überschuss, Holzgas, diese Menge. Und damit machen die dann meistens Strom oder Wärme, was immer da gebraucht wird. Ganz wichtige Sache bei Holzkohle und Tepperpläter. Also jetzt, wie macht man selber Therapräter oder eine Therapräter-ähnliche Erde? Ein Kompost, der den Boden dann langsam zu einer Therapräter-ähnlichen Erde führen würde. Eine klassische Therapräter wird es natürlich nicht, weil die gibt es im Amazonas. Und die hat natürlich diese bestimmte Mikrobiologie, die sich bei 32 Grad Bodentemperatur und jede Menge Feuchtigkeit das ganze Jahr über ausdrückt. Also ganz das werden wir nicht schaffen. Aber wir können viele Dinge nachmachen, speziell einen hohen Humusgehalt und Nährstoffgehalt, wie er für Therapräter auch typisch ist. Also ein Therapräter-ähnlichen Boden. Und das klassische Erste ist die Holzkohle. Aber wenn man nur Holzkohle anwendet, dann passiert das hier. Hier oben. Mutterboden mit Holzkohle, desto mehr, desto schlimmer. Also das ist Senf. Und Mutterboden mit verschiedenen Mengen an Holzkohle bis 32%. Und man sieht hier, mit 30% Holzkohle wechselt gar nicht mehr. Warum? Weil die Holzkohle ein leerer Speicher ist. Holzkohle hat keine Nährstoffe, kein Stickstoff und auch sonst nichts. Ein bisschen Aschermark dabei sein, aber das reicht nicht. Vor allen Dingen kein Stickstoff, das ist hier der wesentliche Faktor. Und saugt aus dem Boden allen Stickstoffen erstmal auf. Alle Nährstoffe werden an diesem Speicher erstmal aufgesorgt, bis der gefüllt ist. Und das heißt, wenn man Kohle pur in den Boden bringt, unbehandelt, dann wird man ungefähr für ein, zwei Jahre Ertragsminderung haben. Weil die Kohle den Pflanzen, die in Schickstoff wechseln, die in Nährstoffe wechseln. Und wenn die Kohle dann gesättigt ist und besiedelt ist mit Mikroorganismen, dann kann sie auch wieder Nährstoff abgeben. Also hier Mutterboden mit kompostiertem Holzkohle-Staub. Also einfach ein Kompost mit Holzkohle. Frisches organisches Material, wie wir das gleich im Stapelkompost machen werden. Und da wird es desto mehr, desto besser. Da wächst der Senf dann besser. Also da ist die Holzkohle schon aufgeladen mit Stickstoff und anderen Nährstoffen. Die Speicher sind voll und können dann an die Pflanze abgehen. Also klassischer Fehler, pure Holzkohle. Nein, die muss vorher aufgeladen werden. Die einfachste Variante, Holzkohle aufzuladen, ist mit pur Urin. Pur Urin ist jede Menge Stickstoff. Und dann haben wir schon mal die Nährstoffe drin. Und da macht man so einen Schlamm ungefähr, wo, einen dicken Schlamm. Dann hat man diese Kohle geladen. Und idealerweise noch mit Mikroorganismen dazu. Das ist das Nächste. Dass die Holzkohle auch besiedelt werden muss mit Mikroorganismen. Die Oberfläche ist erstmal ohne Mikroorganismen. Und das macht sie auch ideal in diesem Pompostierungsprozess. Was gibt es so für Anwendungen von Holzkohle? Landwirtschaft-Klassiker wäre Fütterung inzwischen. Direkt Güllgehandlung. Überall da, wo viel Amoyak ist. Also in der Fütterung ist es interessant. Da hat es die gleiche Irkung wie Heilherde oder Zeolit oder Bentonit. Verdauern besser, entgiften, sind gesünder. Oftmals fressen die Tiere ja von alleine Erde. Und das tun sie, um diese bestimmte Oberfläche zu haben. Ja. Achso. Ihr guckt mich so an. Wir sind gleich fertig. Ich bin fast durch. Ja. Also, das ist... Und in der Gülle macht es das Gleiche. Es bindet die Nährstoffe. Es ist eine Oberfläche für Mikroorganismen. Und das wiederum führt dazu, dass die Gülle nicht stinkt. Dass wir nicht diese Nährstoffverluste... Also immer, wenn die Gülle stinkt, Mist stinkt, wenn es im Stein stinkt, wissen wir, aha, Ammoniak, Schmiedelwasserstoff. Wir verlieren Nährstoffe, die wir nachher als Kunstdünger aus Großland wieder kaufen müssen. Oder sonst woher. Aus den Fabriken, die jetzt alle dicht machen, wo wir es kein Gas haben. Aber momentan gleich eine ganz interessante Sache, dass wir diese Nährstoffverluste, die wir zum Beispiel in der Gülle oder im Mist haben oder im Stall haben, verhindern können. Mit Kohle und speziell die Verbindung mit EM, weil eben auch diese Feuernis und diesen Nährstoffverlust verhindern. Dann haben wir Einstreu. Das Gleiche. Wobei man das so schön machen kann, und das ein bisschen anfeuchtet, und dass sie nicht schwarz werden, die Tiere. Dann Zusatz zum Kompost. Theraboda-Garten, der Bodarischer Garten Berlin. Das ist eigentlich der Klassiker auch für den Hausgarten. Fünf bis zehn Prozent vom Volumen her. Holzkohle mit dem frischen Material gemischt und mitkompostiert. Wie lange das immer dauert? Beide, drei, vier Monate? Oder mit Bokashi, das ist ja nur zwei Wochen. Und dann ist die Kohle belebt, mit Nährstoffen aufgeladen, weil in dem Prozess immer ein Nährstoffüberschuss da ist. Und dann kann man die direkt ansehen. Das ist das Ideale. Noch mal eine Frage. Das ist hier der Bodoglaser, den ich vorhin erwähnt habe. Frage. Ja. Pflanzenkohle und Holzkohle. Pflanzenkohle, der Begriff wurde damals gewählt, weil man eben nicht nur Holz verkohlen kann, sondern auch Laub und Mist und Knochen. Und deswegen, Knochen werden ja keine Pflanzen. Aber wir haben dann den Begriff Pflanzenkohle gewählt, um den von nur Holzkohle abzugrenzen. Ist das denn qualifizierend? Nein. Also die meiste Pflanzenkohle ist Holzkohle. Ist einfach nur ein Begriff, den man etwas weiter gefasst hat. Holzkohle ist eben wirklich nur Holz. Pflanzenkohle kann eben auch Kohle aus Schroh sein. Zum Beispiel der Gerald Dunst macht Kohle aus Getreidespelzen. Und so, aber das ist einfach nur ein etwas weiter gefasster Begriff. Damit man da noch die anderen Varianten, dass man Heu oder was nicht verkohlt, dass das auch nicht dabei ist. Also der macht dann auch Anbauversuche, der Bruno Glaser mit seinen Studenten hier. In Brandenburg war das. So, da gibt es Versuche hier. Ich glaube, das war in Neblin. Noch eine Frage. Ja, wenn man Stroh zum Beispiel verbrennt, unter bestimmten Bedienungen soll man das machen, dass man diese Pflanzenkohle erhält oder einfach verbrennen? Das können wir nachher auch auf dem Feuer sehen. Also entscheidend ist bei Stroh natürlich, dass es sehr schnell verbrennt. Das heißt, man muss schneller nachlegen. Die Verkohlung muss immer unter Luftmangel stattfinden. Und Stroh leigt natürlich dazu, so schnell zu verbrennen, dass da nichts übrig bleibt an Kohle. Das heißt, wenn man das so macht wie wir, mit dem offenen Feuer, dann muss man sehr schnell nachlegen, dass der Stroh nicht komplett verarscht. Aber prinzipiell geht das mit Stroh ganz genau so. Und was ist mit Asche? Was macht Asche mit dem Boden? So, okay. Also, ganz wichtig, was ist jetzt Therapreter? Da ist noch eine Frage auf die Niederhaltung. Also Asche ist keine Kohle. Asche ist das, was Sie kriegen, wenn Sie die Grillkohle nehmen. Sie könnten Grillkohle nehmen für Therapreter. Grillkohle geht wunderbar. Nicht perfekt, weil wir lernen noch, wie man dann Kohle ablöscht und so. Aber Grillkohle, wenn man die klein macht und Staub hat, wunderbar, kann man sie auch für Therapreter verbrennen. Und wenn Sie die Grillkohle nehmen und verbrennen, grillen, haben Sie Asche. Diese weiße Asche. Das ist dann, bleibt nicht mehr tausend Jahre im Boden, weil das sind dann lösliche Mineralien. Das können Sie ausstreuen. Das ist gut für den Boden. Das ist wie Kalk- oder Kali-Anwendung. Also gute Nährstoffe. Bisschen aggressiv, also nicht zu viel auf einmal. Nicht gleich die ganzen Eimer auf dem Kompost, sondern händeweise ist das gut. Und auch händeweise auf das Tomatenbeet. Und überall bei Pflanzen, die ein bisschen Pilzprobleme haben, die erhöhen gasbasische Mineralien. Also Asche ist eine gute Sache, aber es ist keine Kohle. Asche macht nicht die Bodenstruktur, hat nicht diese biologischen Effekte. Es ist einfach ein schöner und jünger Arm. Drei Sachen für Therapreter. Holzkohle, organisches Material mit genug Nährstoffen und die Mikroorganismen, dass wir eine gute Besiedlung haben. Im Prinzip reicht ein guter Kompost, aber mit EM kann man eben auch eine sehr stabile Besiedlung erreichen. Problemmaterialien wie Schlachtabfälle verarbeiten und so, die man sich normalerweise nicht trauen würde. und ja, oder Gülle oder Feuernis vermeiden und so weiter. Also die drei Sachen, die zusammenkommen, Kohle, organisches Material, gute Mikroviologie, dann kriegen wir Therapreter. Und dann, wenn die Mischung irgendwie zusammenkommt, dann passt es schon. Also da kann man nicht viel falsch machen. Und in dem Zusammenhang ganz kurz zur Toilette. Und deswegen nur hier, weil es ganz schwierig wird, das für jeden Einzelnen zu erklären. Aber man kann eben, wir haben ein ganz einfaches Toilettensystem und mit dem man dann selber Quadratmeter für Quadratmeter Therapreter herstellen kann. Und unser Toilettensystem ist ein Eimer. Ein Eimer mit Deckel. Und der Deckel wird auch jedes Mal wieder rauf gemacht, anders als bei anderen Komposttoiletten mit automatischer Urin-Trennung und sonst was, die offen sind und belüften und über das Dach noch den Abluft ableiten. Bei uns haben wir einen Eimer mit Deckel. Und da macht man sein Geschäft mit Urinflasche idealerweise, dass man den Urin abtrennt. Urin kann man vielfältig im Garten verwenden, 1 zu 10 verbinden als Schnellgünger. Oder wie wir gleich am Kompost lernen werden, auch als Zusatz zu holzigen Materialien, wenn man die kompostiert, Sägespäne oder sowas. Und wenn hier Urin reinkommt, kann man einfach ein bisschen Sägespäne hinterher bringen, dass die das wieder aufsaugen, dass es dann wieder ein richtiges, dass es eben nicht zu viel Stickstoff, nicht zu viel Feuchtigkeit gibt. Und unseren Kohl können wir dann bedecken mit, da habe ich die Kasse, hier räumt, mit einer Kasse Triaterra-Streu oder einer ähnlichen Rösung, die man selber macht. Hier ist drin Holzkohle, Gesteinsmehl und diese Mikroorganismen, also schon alles drin, auch in der organischen Material. Ja, man hat schon alles vorgemischt, nur noch das Organische Material dazu, bedeckt, sodass man nichts mehr sieht. Auch optisch besser, schöner, wie gespült. Und dann die Holzkohle saugt auch sofort alle Gerüche auf, weil Holzkohle ist ja ein Luftfilter, auch Material, damit kann man also auch Gerüche absorbieren. Gesteinsmehl, auch pro Urfläche, bindet die überflächigen Stickstoffe und die Nährstoffe und die Mikroorganismen da drin sorgen dafür, dass es nicht fault, sondern Milchsauer fermentiert. Bis der Eimer voll ist, dann wird gewechselt und der Eimer noch nach vier Wochen stehen gelassen. Dann ist er Milchsauer, anerob, feucht, fermentiert. Vier Wochen lang, dann ist er hygienisch. Also es gibt so ein paar Sachen, speziell so eine Parasiteneier, die bei uns relativ selten auftauchen, aber in einem Tropen recht feuchtig sind. die gehen dann auch bei so einer vierwöchigen aneroben Fermentation kaputt. Das halten die nicht aus. Auch irgendwelche Samen oder so. Die vierwöchigen aneroben Fermentation, das halten die nicht aus. Auch Wurmeier. Und dann ist das Material eigentlich hygienisch, sieht aber noch genauso aus. So wie Sauerkraut noch genauso aussieht wie Kohl, nur ein bisschen labbrig. So sieht das dann auch aus. Es sieht immer noch aus wie Kohl, aber riecht nicht mehr so. Und wenn man das dann auf den Kompost bringt, ganz normal Gartenküchenabfälle dazu und dann dauert es zwei, drei Monate, dann ist es Erde. Also sobald dann Sauerstoff dazukommt, Luft dazukommt, Würmer kommen und das dann umgesetzt wird, dann wird es Erde. Und dann hat man einen Therapyata aus seinen eigenen Abfällen. Also normalerweise sagt man bei Komposttoiletten, brauchen wir eine drei, vier, fünfjährige Kompostierung. Das brauchen wir hier nicht. Wir haben das im Grunde nach einem Monat schon hygienisch und dann so als Sicherheitsstufe nochmal eine globale Saison kompostieren, dass man dann wirklich schwarze Erde kriegt und dann passt es. Ja. Nur Menschen, die keine Medikamente nehmen oder ist das egal? Ich würde sagen, es ist egal. Also wenn die von den Medikamenten nicht sofort tot umfallen, dann lachen die die Kornissen darüber und können das alles abbauen. Antibiotika brauchen eine Woche dafür, um das abzubauen. Und da müsste man jedes einzelne Medikament jetzt angucken, aber es ist alles biologisch abbaubar. Also da ist es kein Problem. Bei Urin, wenn man direkt Urin an die Pflanze geht, keine Ahnung, auf die Tomate, dann würde ich gucken, dass man da keine Medikamente genommen hat. Wenn man den Urin schon wieder fermentiert, also mit Segespänen kompostiert zum Beispiel, oder erst mal auf einen Rasen macht und den Rasen dann irgendwann als Mulch verwendet, das ist dann schon wieder okay. Also weiter eine biologische Umsetzung ist, nicht direkt, was aufgenommen wird ins Gemüse, so weiter eine biologische Umsetzung ist, sind die Giftstoffe durch. Das ist kein Thema. Vielleicht frage ich auch jetzt, wenn wir das machen, Laubkompostierung oder Laubfermentation vielmehr. Wir haben relativ viel Laub von der Kastanie. Wir haben den sonst immer verbrannt. Aber wenn ich jetzt fermentieren möchte und das sozusagen mit den ganzen Giftstoffen auch so gut geht, dass das abgebaut wird und ich wäre fertig, dann könnte ich also meinen Kastanien hier auf jeden Fall, ganz genau. Und das werden wir gleich machen. Wir haben jede Menge Laub da, auch Kastanienlaub. So, jetzt kommen wir bitte Uli und Josi her. Oder gehen wir raus? Jetzt müssen wir drei Gruppen bilden und jetzt geht es in die Praxis. Und jetzt geht es in die Praxis.